Was sind die wichtigsten Lehren für Sie aus der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima vor zwei Jahren? Die wichtigste Erkenntnis ist im Grunde, dass Japan großflächig betroffen ist von den Auswirkungen der Atomkatastrophe. Das zeigt sich bereits anhand von harten Fakten wie der rückläufigen Geburtenrate in einem Monat nach Fukushima. Was sehr deutlich zeigt, dass man eben nicht nur die Präfektur Fukushima in den Blick nehmen darf, sondern das gesamte Land sehr genau betrachten muss. Und das ergibt sich auch aus den Studien, die gemacht wurden, über radioaktive Freisetzungen, über die Kontamination in weiten Teilen des Landes. Inwieweit, Herr Paulitz, lassen sich denn die Reaktorunfälle in Tschernobyl 1986 und in Fukushima vor zwei Jahren überhaupt vergleichen? Es waren natürlich unterschiedliche Reaktortypen, es waren unterschiedliche Phänomene. Es waren in Fukushima drei Reaktoren, die durchgegangen sind. Und es ist sogar zu befürchten, dass es in einem der Blöcke im Abklingbecken zu einer Nuklearexplosion kam. Dies allerdings auch in Tschernobyl. Von den Auswirkungen gibt es in den ersten zwei Jahren zum Teil erstaunliche Parallelen mit den Auswirkungen in Tschernobyl. In beiden Fällen ein Super-GAU der Innesstufe 7. Und insoweit ist zu befürchten, dass auch in Japan die Folgen drastisch sein sollen. Die Insellage hat ein Stück weit in Vorteil gebracht, dass eben 80 Prozent der Radioaktivität über Meeresgebieten niederging, was ein relativer Vorteil ist. Allerdings sind die 20 Prozent, die Japan kontaminiert haben, großflächig, auch den Großraum Tokio, sind ein erhebliches gesundheitliches Problem. Dennoch gab es ja um Fukushima weit weniger Debatten, mediale Debatten, als im Fall von Tschernobyl. Um die Folgen der Katastrophe selber, aber auch über die Informationspolitik der Verantwortlichen. Worauf führen Sie das zurück? Das ist schwer zu sagen. Unseres Erachtens hat die Katastrophe in Fukushima schon durchschlagende weltweite Auswirkungen auf die weitere Atompolitik. Der Sofortausstieg aus acht Atomkraftwerksblöcken, beispielsweise in Deutschland, der im Moment stehende Ausstiegsbeschluss, gesetzlich stehende Beschluss, aus dieser Technologie auszusteigen. Die Aufgabe, die Preisgabe von Atomprojekten in vielen Ländern dürfte den Wechsel insgesamt deutlich beschleunigen. Weg von der Atomtechnologie, weg von konventionellen Großkraftwerken und hin zu einer demokratisierten Energiewirtschaft weltweit mit erneuerbaren Energien in der Hand von Bürgern und nicht von Konzernen. Und dies dürfte weltweit unter Umständen zu Demokratisierungsprozessen ganz anderer Art laufen, dass es nämlich den Zentralregierungen zunehmend schwerer fallen wird, die wiederum sehr stark von Konzerninteressen geleitete Politik praktizieren, wird die Politik zurückverlagert zum Volk sozusagen, was erhebliche Demokratisierungsprozesse nach sich ziehen könnte. Nun, zum zweiten Jahrestag dieser Katastrophe in Fukushima hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, einen Bericht veröffentlicht. Dort heißt es, dass die Strahlenbelastung in und um Fukushima in Japan relativ gering sei. Wie bewerten Sie das? Interessant ist im Grunde, dass die Weltgesundheitsorganisation inzwischen anerkennt ausdrücklich, also den wissenschaftlichen Stand akzeptiert nach vielen Jahren, dass es keine Schwellendosis gibt, bei möglicherweise zu erwartenden Krebsfällen. Und die WHO rechnet nicht, aber sie publiziert Daten, an denen Zweifel bestehen, aber sie sagt im Grunde, es sind Krebserkrankungen zu erwarten, nur werden sie nicht kalkuliert. Das ist im Grunde der springende Punkt. Die entscheidende Aussage, die zentrale Erkenntnis ist, dass in Japan mit vielen Krebserkrankungen gerechnet werden muss. Wenn wir über die WHO sprechen, dann müssen wir auch über ein Abkommen mit der Internationalen Atomenergiebehörde reden, von 1959 zwischen der WHO und der IAEA. Dort wird die Bewertung von Atomenergie und auch von Unfällen der Internationalen Atomenergiebehörde überlassen, mehr oder weniger. Inwiefern kann die Weltgesundheitsorganisation denn überhaupt eigene Berichte, autonome Berichte schreiben? Es gibt dieses Agreement zwischen der Internationalen Atomenergieorganisation und der Weltgesundheitsorganisation, wonach die WHO eben, die Gesundheitsorganisation, über die gesundheitlichen Folgen solcher Atomkatastrophen nicht eigenständig berichten darf, sondern nur in Anführungszeichen nach Rücksprache mit Billigung der Atomenergieorganisation. Und dies zeigt sich auch in diesem aktuellen Bericht über die Folgen von Fukushima sehr deutlich. Es gibt eine sehr eindeutige wissenschaftliche Sachlage, beispielsweise, dass bestimmte Schäden auftreten, terratogene Schäden, also die Säcklensterblichkeit und so weiter, ist klar nachweisbar jetzt in Japan. In dem Bericht der WHO taucht sowas schlichtweg nicht auf. Das ist im Grunde wissenschaftlicher Unfug. Und was kann eine Organisation wie die EPPNW in dieser Situation ausrichten? Es zeigt sich, dass die Kraft des Wortes gewaltiger ist und weitreichendere Spuren hinterlässt, als man es oft vermutet. Es haben sehr viele Effekte in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass die atomkritische und sonstige politische Arbeit sich dann doch auf Dauer niederschlägt, in etablierten Kreisen und Auswirkungen hat, auf Entscheidungen in der Politik und in Konzernzentralen. Es ist ein langes Ringen, ein ewiges Ringen sozusagen zwischen den Interessen der Bevölkerung auf der einen Seite in einer Politik, die, wie auch der japanische Minister, Ex-Ministerpräsident Kahn gerade wieder gesagt hat, den enormen Einfluss dieser Großkonzerne auf die Politik, die eben nicht frei ist, so zu handeln, wie es eigentlich sie selbst vielleicht für vernünftige Achten würde. Herr Paulitz, ich danke Ihnen für das Interview. Vielen Dank.